Move-In Festival 2011 im Bergischen Löwen Am 15. Oktober wurde der Bergische Löwe von allen Gladbacher Jugendzentren in einen bunten, lauten Ort verwandelt, an dem die Besucher viel Interessantes entdecken konnten. Von Graffiti über Hip-Hop bis hin zu Poesie war für jeden etwas dabei. Die Crea hatte einen Percussion-Workshop organisiert. Also wir haben gerade einen Percussion-Workshop gemacht mit dem Joslemkool. Das hieß Groove Attack, das heißt wir haben mal so getrommelt auf Fässern, auf Plastikeimern mit Percussion. Und da war ein richtig guter Groove im Raum gewesen. Und auch ein Graffiti-Skizzen-Workshop, in dem Jungen sowie Mädchen die Grundlage für das Sprühen von Graffiti erlernen konnten. Währenddessen lud das Fresh zu einem Zirkus-Workshop ein, in der die Besucher in die bunte Welt der Manege eintauchen konnten. Das Kaffee Leichtsinn ließ Kinder und Jugendliche leckere Frucht-Cocktails mixen. Was lernen die Kinder denn hier in dem Workshop? Ja, ganz normal, wie man halt Cocktail mixen. Und hier hinten können die ein bisschen dekorieren, ist auch natürlich ein bisschen Promotion für unser Café Leichtsinn. Die Theatergruppe vom Cross lud die Besucher zum Mitmachen ein. Buttons und T-Shirts ließen sich beim UFO-Jugendclub gestalten. Heute werden hier ein T-Shirt-Workshop angeboten, wo die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit haben, sich T-Shirts zu gestalten. Love, Music, Hate, Racism. Das Q1-Jugendzentrum bot einen Poetry-Slam-Workshop für die Zuschauer an, bei dem die Kunst des Slammens erlernt werden konnte. Als Einschlafhilfe werden wir damals gebannt auf die Werbung auf ProSieben und RTL gewartet haben, um sich bei der 99 und 6x die 6x fortregelnden Sabine die Brüste zumindest erahnen zu können. Anschließend kam die Vorführung der Profis. Das Highlight am Schluss des Tages war schließlich das Bühnenprogramm. Furiosen Breakdance und Hip-Hop-Tanz lieferte die Excellent Crew. Saftigen, saftigen Indie-Rock gab es von den Polywalks. Und ein klasse DJ-Set. Zwischen Reggae, Hip-Hop und Elektro boten die Youth Rebels. Youth Rebels machen das Ende bis 24 Uhr. Das Besondere ist halt, dass das heute alles kostenlos hier ist. Ja und ich finde das auch einfach gut besucht. Es kommen immer wieder welche noch neue dazu und die Workshops sind auch verteilt. Und ich kann nur sagen, bis jetzt bin ich zufrieden. Ich finde, es sind wirklich viele, viele Jugendliche gekommen und auch sogar die Eltern. Dankeschön. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017